Wir befinden uns hier auf dem Malediven und zwar mit dem Fahrrad unterwegs, einmal um die Insel. Die ist doch größer als für Dachen, aber man schafft das zu Fuß auch in zwei Stunden einmal rum am Strand. Wahrscheinlich in 20 Minuten, aber das wollen wir heute mal austesten. Wir wollen euch ein paar schöne Bilder zeigen von der Insel. Es ist jetzt 4 Uhr Nachmittag, immer noch 30 Grad, heute früh auch, egal, das Wagengefühl ist immer 4 Uhr 25 Grad. Hallo! 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 Das war's für heute. Ich kann mich auch nicht sehen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, was ein Viech. Alter, was ein Viech. Hier gibt es sogar noch Schicke hier zu essen. Wir bauen hier Salat an. Hier ist ein Viech. 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 Hier kann man sehen Bananen, wenn sie hier wachsen. Hier sind die Zütteln. Hier vorne, hier vorne. Hier vorne, hier vorne. Hier vorne. Hier hinten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.